und wieder mal herzlich willkommen zurück zu Sly Raccoon ja wir sind jetzt hier in Mesa City und stehen jetzt hier vor der Hunde Rennbahn holen wir uns den Schlüssel und auf geht's die Hunde Rennbahn da bin ich immer gespannt ok Mary was geht da unten vor? naja ich bin nur mal auf nen Snack zum Hotdog Stand gefahren und weißt du als nächstes fordern mich diese Gangster Hunde zu einem Rennen heraus ist für den Sieger ein Schlüssel drin? ja 3 Runden für einen Schlüssel es hängt an dir Mann fahr den Van mit dem linken Analog Stick und wenn du ein paar Nitro Power-Ups findest kannst du mit der Quadrat-Taste den Boost einschalten mach sie fertig schon dabei ok ok dann gehen wir mal Gas hier ne oh Gott steuert sich das Spann nicht oh das ist ja eine Katastrophengesteuerung das ist ja eine Katastrophengesteuerung das kann mir was werden das ist die ganzen Nitro Dinger auch nur perfekt hier komm und ne Tor rum ok jetzt die ganzen Nitro Dinger auch nur perfekt jetzt die Nitro Dinger weg du nein komm schon komm schon na zack na los gib gas Murray probieren wir nicht Murray? ja, irgendwie so boah na los vorne vorne gib Gas so jetzt hier zack boah ey das war unfair hier hast du ihn weg du scheiß Kütter weg mit dir 1 und 2 Glückwunsch, Marion ja gewonnen huh Gott sei Dank und da haben wir den dritten Schlüssel gut gut dann holen wir uns jetzt den letzten Schlüssel noch 2 1 erst mal wirds so und fertig macht PAM zack was 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 so was die die Raketenverschießungsmitglieds und 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 ja alles klar 1,2 Köln müssen wir das jetzt eigentlich machen Knochengarten Casino. Okay. Naja, gehen wir einfach mal da rein. Da müssen wir eigentlich hin. Okay. Kahn! Gibt es hier irgendwo ein Leben oder so? Wer mich gerade rechts. Hm, anscheinend nichts. Ach, du Scheiße. Wie viel Schlüsselbacher will denn da? Äh, was hier? Na, was? 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 Mal auf die Karte gucken. Ach, da gibt es nur vier. Vier Schlüssel noch. Ja, dann gehen wir erstmal wieder raus. Machen wir doch den einen Knochengarten da, wie das heißen hat. Machen wir doch ein Casino. Machen wir doch mal. Ah, jetzt mal schauen wir doch auch. Ja, also das ist. Okay. Gibt es nicht irgendwo noch ein Extra-Lebungs? Ja. das müssen alles noch mal machen dürfen ich bin jetzt versorgt das Leben es sind gute Arbeit du bist drin achte auf die Wachen Max Schott lässt diese Hunde mit ihren MPs auf alles schießen was sich bewegt Na super das schau mal wie wir da hinkommen Pan nein ich hab doch viel gedimmt oh super bitte nicht ganz am Anfang ach Gott sei Dank ja gut dann ist sie nicht ganz so schlimm so kann die umgehen jetzt alle oder machen sie alle Platz nein mein Gott voll in die Scheiße Schmölle na super wie kommen wir jetzt da vorbei das ist ja richtig Scheiße schau mal schauen wo der jetzt hingeht ok mal schauen wo der jetzt hingeht ok auch gut gut da nein jetzt mal gerade in dem Augenblick das gibt's nicht das und es ist zu bestimmen das so und 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 das ist nicht auf ich bin Niesel 16 jetzt nun es bildliche Lichten die 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 zum Leben Zip, 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 zip. So. Erstmal ist er kaputt halt. Gut, dann können wir uns jetzt die Flaschen holen. So. Jetzt gehen wir erst mal, wie du und auch mal ein Wuschel sind. Tup, tup, tup. Tup, tup, tup. Tup, 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 tup. Tup, 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 tup. Und was? Tup, tup. Was? Wieder vierzig Stück? Gut, dass es nicht fiesen. Okay. Was? Die wacke ich mir. Und die Kamera ist auch super nebenbei. Gemerkt. Okay. Das ist der einzige Hund. Und ein extra Leben. Das ist ja traumhaft. So, das ist wieder alles. Anderlin hier drin. Mit sie, mit sie. Na, ja. So. Jetzt auch eine Flosche. Und die auch. Was ist das denn? Oh, da sind auch ein paar Flosche. Ah. Fast nicht gesehen. Ach, kamalselig. So. 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 Jetzt haben wir da bald wieder einen Glückshuf eisen. Ja. Das wäre einfach so das Wasserremd plumps. Was? Ja, nicht so toll gewesen. Uah. Nein. Du kackend. Nein. Ja. Und das ist ja das Huf also gekommen. Das ist ja so. Ja, ein Speicherpunkt. Halleluja. Ah. Ein Speicherpunkt. Klaze. Oh. Ja. Hallo. 24 von diesen 40 hinweisen das ist ja super gut tun wir nichts mehr dahin ok ok dann ließe ich alles unter Wasser sehr klisch ok zack und zack ok und her und her so da haben wir auch wieder zwei stück gut d k k k k k k k die Zuflösen sie zu uns auch bloß und zack und zack und ein weiterer Checkpoint das brauchen nur 5 von den Fischchen und dann haben wir den Safe geknackt Uh! Sie dauert einfach zurück Unglaublich Zwei Stück fühlen uns und die so ist jetzt ein bisschen scheiße ja ich weiß noch einer ok das ist jetzt schlecht anscheinend habe ich irgendwo einen übersehen das das dieses riesige Roulette Rad dreht sich zu schnell um gegen den Uhrzeigersinn herum zu sprengen du musst in die andere Richtung sprengen um auf den grünen Bereich zu landen ok was oh Gott die Flänze hat jetzt oder na super und nein das 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 Ah, okay. So. Hm. Haha. 史ik dieappe die Mann in leben die amerikanische europa der Konzert hier ist nicht zuvielig, oder? Nö, man sagt nicht Sie sind irgendwo hier gesehen, oder so was ist denn hier? Das ist keiner Moment mal Da ist auch keiner. Hm, seltsam. Hm, könnte der sein. Hier anscheinend auch gleich, oder? Ist der da irgendwo? Das sieht gut so aus. Oder? Ja, dreh dich. Nee, anscheinend nicht. Hm, könnte jetzt der Hinweis, der letzte. Ja, die jetzt. Ja, die jetzt. So, da kommt. Hm, na gut. Hm. Ja, ich würde jetzt mal sagen, den... Ein Himmel ist, das sucht man zur nächsten Folge. Und bedanke ich mich mal wieder fürs Zusehen. Und bis... Ja, bis dann, Leute. Servus, haus rein!